Wunderschönen guten Mittag. Ich liege tatsächlich noch im Bett. Ich habe wirklich bis vor einer halben Stunde geschlafen. Und ich bin gar nicht so spät ins Bett gegangen. Also, wow. Vielleicht musste ich dann doch mal ausschlafen. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, wo ich mich riesig drüber freue. Ich habe direkt heute Morgen eine wunderbare Nachricht bekommen. Und zwar, dass meine Neonel-Mädels und Jungs es wirklich geschafft haben, noch mal ein paar hundert Sets zusammen zu packen und die morgen online zu stellen. Ich habe euch ja eigentlich gesagt, dass es die Sets nicht mehr geben. Ich habe meine Sprache wieder gefunden. Allerdings hat mich Neonel dann kontaktiert, nachdem alles ausverkauft war und wir hatten, Ey, unser Kundenservice rastet aus. Wir kriegen wirklich im Sekundentakt Nachrichten, ob wir das Sets nicht noch mal reinnehmen können. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, es doch zu machen. Wir wollten es halt eigentlich nicht verkaufen, weil es noch eine Winter Edition ist. Es ist irgendwie weird, es ist jetzt zu verkaufen, aber egal. Es ist ja nur das Cover. Und ja, heißt also, ich schreibe euch jetzt hier das nächste Datum rein. Und dann stellt euch bitte einen Wecker. Mir haben dann so viel geschrieben danach, oh nein, ich habe es nicht mehr geschafft oder ich habe es verpasst. Stellt euch einfach einen Wecker. So, dann habt ihr eine Chance. Leute, ich wünsche euch wirklich nur einen einzigen Tag in meinen DMs. Ich weiß, in den letzten Tagen habe ich öfter was dazu gesagt. Und es tut mir auch richtig leid, aber ihr seid echt mein Tagebuch und ich muss das rauslassen. Ich gehe nichts an die Hand in meinen DMs und habe 100 Nachrichten, wo steht, Du weißt aber schon, dass die Zeit heute umgestellt wurde. Vielleicht kommt dir das deshalb so vor, dass du so lange geschlafen hast. Ne, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich wusste natürlich nicht, dass die Zeit heute umgestellt wurde, weil ich dumm bin. Ich bin Influencer. Das erwartet ihr. Natürlich weiß ich nicht, dass die Zeit umgestellt wird. Ich muss euch das nochmal erklären. Das ist voll schwer zu verstehen für Leute, die das nicht so bekommen. Aber es geht ja nicht darum, dass ich dann eine Nachricht bekomme, sondern ich kriege 5000 Nachrichten, wo Leute mir schreiben, Oh mein Gott, die Zeit wurde umgestellt. Weißt du das nicht? Oder du weißt schon, dass die Zeit heute umgestellt wurde. Oder das liegt daran, dass die Zeit umgestellt wurde. Du hast eigentlich gar nicht so lange geschlafen. Bro. Bro. Be kilow. wisdom. Das ist dasать- float. . Ich habe euch ja die Tage schon angekündigt, dass ich einen Rabattcode von Lilin für euch habe. Und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz im Detail die beiden Teile, die ich gerade trage. Und ich habe die auch noch in anderen Farben. Unnormal geile Sachen, wirklich. Also, das hier ist die Leggings. Die habe ich auch noch in schwarz. Die ist richtig schön hochgeschnitten und macht eine super Figur. Das ist der weicheste Stoff, den ich jemals angefasst habe, glaube ich. Die sind nämlich aus Bambus. Die hier habe ich in XSS und das Oberteil ebenfalls, das ist auch aus dem gleichen Stoff, wirklich richtig, richtig, richtig schön. Perfekt und schön.